einen wunderschönen guten tag kürzi wohl und gute ihr lieben plastik schmelzenden hasen wie ihr sehen könnt geht es mir den umständen entsprechend gut ich habe die op soweit überstanden jetzt gilt es natürlich sich zu erholen und wieder zu recover ich möchte euch aber dennoch mal an dieser stelle dafür danken dass ihr mir und meinem kanal treu bleibt das bedeutet mir echt sehr viel weil das für mich wirklich ein traum beruf ist und auch an meine patreon und meine unterstützer und auch meine sponsoren vielen lieben dank für eure unterstützung das bedeutet mir echt sehr viel ich gehe jetzt noch mal ein paar videos für euch schneiden damit in den nächsten wochen content genug habt und wir sehen uns dann wenn nichts dazwischen kommt am 6 november auf der vom next wer sich noch nicht auf meetup für das event angemeldet hat kann das gerne tun da gehen wir dann am 10 november abends ansprechen noch mal um die ecke von der messe eine runde was essen da würde ich mich freuen euch zu sehen in diesem sinne hotels allein happy printing und ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020